Hallo alle zusammen, willkommen bei Grounded zurück und zwar erstmal willkommen an alle die neu sind und an alle Abonnenten natürlich Und natürlich müssen wir uns hier gleich wieder rum ärgern, wir sind hier in den Sandkasten Und ja, wir brauchen ein paar Stängel, Unkrautstängel und so weiter, da wir da hinten die Burg besetzt haben Oh, schön, da gucken wir zu, da gucken wir zu Die Ameisen machen gerade den Dings fertig Und was machen wir? Wir looten Im Übrigen, Marcel ist auch mit dabei, hallo Marcel So lange nicht mehr dabei gewesen, aber jetzt ist er wieder da Ach, so lange war das gar nicht So lange war das gar nicht Yes Schön Und sagt man doch gleich mal den Loot ein Manchmal kann es so einfach sein Oh, alles klar Okay, jetzt kriegst du es nur am Abstaunen Ja klar, was denn? Oh, kommt schon So, am besten ein Stück zur Seite gehen Aber, trotzdem schaden gekriegt, verdammt Komm schon Und dies Auch noch ein gesagt, sehr gut Okay, jetzt noch schnell ein bisschen heilen Ja, das sieht nicht schlecht aus Noch einmal hinterher Du hast die Stänge schon alle weggehackte Ah, nee, da hinten ist noch was Und hier auch Oh, das wäre cool Das wäre cool Die haben bei mir schon rum Ja, ich hatte letztens auch schon mal ein bisschen rumgehackt Könnte vielleicht daran gelegen haben Es sei denn, du meintest Äh, das anders Ja, ich denke mal hier, diese Viecher haben was gemacht Das kann auch sein So, sollte schon reichen Ja, ich habe jetzt nur drei in der Hand Das ist blöd Wird dann schon gerne mehr mitnehmen Wieso das? Kannst du auch mehr mitnehmen? Ja, warum sind wir theoretisch fertig? Ja, ich nehme mehr mit für den Fighter 2 Was brauchen Für irgendwas Ist sowieso der letzte, den ich hier umhalten kann, glaube ich Denn Da wir die Bug da hinten infiltriert haben So, manches Mal ist das echt ein bisschen Ja, jetzt endlich Meine Güte Wow, dann so ein großer auch noch Habe ich denn fünf schon? Nee, einen noch Okay Also wir hätten noch ein paar Stänge da Das ist nicht das Problem So, von der Überlegung her So, da oben die Türme Wir haben ja einen in der Mitte Und Ja, in der Mitte Da kommen wir ja ohne weiteres hoch Das ist kein Problem Haben wir ja schon gebaut Und von dort aus Wollen wir auf alle anderen vier Türme Und da Ist ein bisschen Hirnschmalz durch die Naja Durchs Sieb gelaufen sozusagen Ja, jetzt genau Okay Also von der Sache an sich Es ist halt so Gibt es jetzt momentan noch zwei Wege Eigentlich sogar drei Wege hoch zu kommen Und ein Mit der Leiter geht es ja auch Ja, aber da komme ich hier mit den Stängern nicht hoch So So hast du schon alle fertig? Ja, du kannst aber in den Saal rutschen rein Achso Also ist doch noch gut, dass ich die dabei habe Sechs brauchen wir pro Seilrutscher Also brauchen wir doch noch Okay So, genau Da Einer der Türme Dort hinten ist ein anderer der Türme Das Ganze wollen wir hier mit dem Kleeblattdach Entsprechend begehbar machen Und hier kommt man nämlich super Naja, fast super hoch Ihm ging es besser Verdammt Naja Auf jeden Fall, wir kommen hoch Und da können wir uns dann entsprechend drüber bewegen So Auf jeden Fall bedeutet das Ich brauche Kleeblätter Übrigens ist da unten Ein würziger Brocken Würziges Stück Wie auch immer Na komm Nimm dies Und noch mal Und das Ja komm her Ich hab die Axt in der Hand Nein Vergessen zu wechseln Oh nein Haben wir Gut Die Amaisenlöwen Rüstung Besteht eben halt aus den Teilen Die wir von denen da brauchen Dementsprechend umso mehr Umso besser Alles gut Und den Ja Das Spinnenrad ist auch fertig Da haben wir unser Fusselseil Von drei Fusselen Gibt es einmal Fusselseil Naja ist noch nicht alles fertig Naja das lassen wir Das ist Blödsinn jetzt So Das Zeug hier einfach alles rein Hab ich denn noch Platz Sagen nicht mehr viel Na doch Hat gepasst Sehr gut Sehr schön Aber Kleeblatt Halt Hast du schon rausgenommen Nö Ah gut Dann haben wir hier noch Im letzten Video ist mir auch gefallen Also eigentlich hab ich richtig gerechnet Ich hab's nur falsch gesagt Also wir haben jetzt hier noch 33 Kleeblatt Zur Zeit Oder hab ich noch mehr Nö Nein Nicht mehr So versuche ich mal da oben Das so weit fertig zu kriegen Was denn Ich muss schon Och nö Muss schon wieder alles essen Unfair Unfair sag ich da nur So ich nehme mir mal Die Pilzziegel Und baue mal eine bessere Brücke Ja klar Ist ja nur auf die Schnelle gewesen Für Dieser blöde Ameisenlöwe Hat alles zerstört Und auf die Schnelle hab ich das da hingebaut Gut Okay Das sieht doch schon richtig gut aus Finde ich Okay Auf jeden Fall brauchen wir jetzt noch Moment Äh 18 19 Stängel 19 Stängel So viele haben wir da unten gar nicht mehr Würde ich sagen Oh Cool Yay Höh Nein Mein Glätter ist kaputt Verdammt Hm Oh Ah Oh Ich muss noch rüber Ich brauch noch Stängel Marcel Ist so still Was ist da los Erzähl dir was Hochkonzentriert Aha Ja ich belebe mich Wie ich das ganz genau hier mache Ah du bist heute Nee Mach ihn fertig Mach ihn einfach fertig So Das dürfte eigentlich Wichtig sein Ja Ja Wieso Da Ich nehme Keine Ahnung Sagst du es mir Oh da stört mich das Viel Ja na klar Ähm Wenn es heißt Bedrohung entdeckt Dann kannst du In der Zeit glaube ich Nicht bauen Äh Ich kann Nicht mal treffen Äh Oh ich schieße auf ihn Aber er lebt Okay Ah musst du genauer gucken Das kann sein Auch wenn es nicht Direkt sichtbar ist Oder weil du Eigentlich richtig gezielt hast Ähm Oh Äh Dass es trotzdem An irgendwas anderem Hängen geblieben ist Einfach nochmal nachschauen Habe ich auch so oft schon gehabt Dann ist es an irgendwas Hängen geblieben Von mir aus Gras Oder 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 Okay Geht natürlich auch So Jetzt aber umgeschickt Hier Na gut Was liegt hier alles noch rum Nein Einsteigen liegt da auch noch So Nochmal Los Und Ja Also wie man sieht Relativ gut kommt man da hoch Beziehungsweise nicht nur Relativ gut Sondern eigentlich wirklich gut So Oh Ton Ich glaube wir haben genug Ton da Muss ich gleich mal gucken Stimmt's Na Sein Seil Brauchen wir noch nicht Weil die Gegenseite muss ja auch noch gebaut werden Oh Das wird schwierig Wie kriegen wir das auf die einzelne Türme hoch Na Müssen wir Äh Nein Dann gehen wir mal lieber Hier runter Jo Denn zur Zeit haben wir da ja noch gar nichts hingebaut Das war die Türme überhaupt hochkommen Denn wenn wir die Gleiter benutzen Ist das Zeug ja weg Tatsächlich Ja Ganz Ganz genau Können wir leider nicht benutzen So mal gucken was ich an Stänge noch da hinten liegen habe Also ein zu viel dürfte es nicht sein Aber ich könnte hier noch den Hotdog Zertreschen Eigentlich auch keine schlechte Idee Nein Komm Ich muss immer noch trinken Oh nein Komm schon Ja ist ja gut Bin ich an der falschen Stelle oder was Gibt's so gar nicht Oh gut Okay Ich gehe erst was trinken Habe ich schon Ach Hackwerkzeug Oh nö Irgendwie war ich bei Hammer Keine Ahnung Keine Ahnung Fragt mich nicht Hoffentlich Naja Ey Meins Hau ab Pfeiftig So Schnell die Keule Komm 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 schon Ja Ja Ich weiß Ich weiß ich müsste Oh ich muss Hä Nein ich muss was essen Mach Krüger nichts da Alles klar Bisschen Zeit habe ich noch das könnte ich schaffen so schaffe ich es nie ich wette marcel hat auch nichts zu essen dabei richtig ok das muss jetzt schnell gehen das muss jetzt schnell gehen 999 59 sekunden ansonsten bin ich in der heimat ich jetzt fühle ich ein pilz irgendwo kommt schon kommt schon knapp äußerst knapp wenigstens laus oder sowas irgendetwas ich werde sterben ja genau da freust du dich ja ja war mir so klar aber kommt schon hier in letzter sekunde oder so irgendwas muss doch passieren ja nein nein sagt das war's ok ist alles nicht so dramatisch warum ich habe mir reichlich weg gespart habe ich bin in der base und ab hier zu essen juhu ja genau heilung ist schon mal nicht schlecht heilung bringe ich für dich auch mit ja sicher ja ja weil dann nehme ich nicht so viel mit 6 ein paar habe ich noch da ja das reicht hin jo ich denke das passt ja läusehonigtau perfekt ist gleichzeitig für essen und trinken im übrigen also von daher eigentlich gar keine schlechte sache gut und sonst unsere kleinen hallo grüß dich er ist aber auch ignorant manchmal ich glaube den sollte ich mal ein bisschen versorgen hier pilzbrei zehn stück ich glaube nicht mehr da das reicht du dann würde ich sagen herstellen ja wer gut wenn du da wieder was im tag ja wohl ja nicht hier meuterei erleben ich weiß auch nicht so eine schöne base hier so auf jeden fall wenn der erste hier fertig ist nämlich den gleich raus das heißt der erste sind ja dann und steine haben immer mit ton müsste da sein ton hatte ich letztes mal gesammelt und da müssten weiß ich wie viel da waren schon mal nach in der kiste neben der werkbank und gleich fertig gleich und wir sind wir sind auch auf 24 quasi drin ich jetzt nebenbei mal erwähnt ja das ist doch super kannst du gleich den tausend auch fertig machen wenn du schon mal dabei bist ich war der meinung ich hatte kein quazit mehr da um dem fertig zu machen moment meine flaschen hier gleich noch füllen nein das schlimme ist ich muss ja jetzt an die stelle auch wieder zurück das heißt ich komme hätten wir noch gut oder haben wir welche da klären sind drin zwei volle stecks und ein gar nicht ganz voll schauen wir nach was wie viel das ja wie weit damit kommt so jetzt wo haben wir so gleiter irgendwann mal gleiter bestimmt nicht da oder das nämlich auf jeden fall auch noch mit ja hier haben wir noch mal 24 ton sollte auch noch mitbringen 34 jetzt reicht es nicht sollte rein ist ja ich muss mal gucken hier die ach hier hat man sowieso fertig ist bedeutet dann sind hier doch irgendwo ach so im moment wollen wir die gleiter kiste ich finde die gerade nicht ach hier alles da habe sie auch noch leiter nämlich gleich welche mit ja ok präparaturwerkzeug brauchen wir glaube ich nicht da drüben ich gebe mir mühe nicht alles kaputt zu und steine welche steine das mal okay momentan habe ich reichlich platz wo man die jetzt wieder drin ja nur 20 stück hätte ich da 45 dann immer auch sein sei noch mit die idee seine und sprösslinge wenn auch noch gut 25 sprösslinge hätten wir auch noch wo ist ja hier voll der transport nämlich die auch noch mit 18 brauchen war das warum nehme ich die mit ja wir wollen uns da drüben auch noch sessel bauen und dementsprechend können wir die nämlich auch gut gebrauchen okay ich komme jetzt auf jeden fall erst mal zurück ich muss ja hoch wie bitte was noch mal wiederholen bitte mal erzählen okay palastartig hier wunderbar tempel tempel artig genau nicht palast tempel artig sehr schön hier gewonnen schnell ein trinken hier hat man schluck für den schluck für dich mitgenommen moment ja ist richtig genau dahin liegt ja eben mein rucksack mein gleiter ausrüsten mein gleiter dafür ich komme auf jeden fall erstmal zum sandkasten bringen die ganzen sachen zurück in die kiste dass wir es nehmen kannst und ich muss mir in der zeit dann später den rucksack holen oder aber gucken was zuerst kommt entweder bin ich eher beim rucksack dann springe ich nämlich hier runter in der hoffnung dass nichts übrig bleibt weil immerhin habe ich ganz schön viel eingepackt junge 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 auf jeden fall hier rüber zu kommen dauert eine ganze weile dementsprechend werde ich das ein bisschen beschleunigen so oder sind wir schon fast da wunderbar ok super marcel das sieht richtig klasse aus was er gebaut hast echt super ja 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 echt bin ich sehr gut was kann ich da fehlen haben wir nicht über welche hier ich glaube ich glaube wir haben welche hier jetzt extra den rucksack übrigens nicht geholt weil da hätte ich über den tisch hier hoch gehen musst ich würde sagen das machen wir dann oder das mache ich dann später hier sind drei federn zumindestens wie sieht es aus brauchst du die ja am besten noch mehr null dran ja federn habe ich jetzt sind natürlich nicht nur nicht gedacht sondern stand irgendwie auch nicht auf dem plan ach so dann sprüßlinge praktisch hier rein eine war ja auch was brauchst du deine was meine steine steine ja kommt doch ich habe alles mögliche verstanden aber keine steine was dann hören alle denn wieder steine nicht wäre möglich das wäre schon möglich noch mal ein bisschen doch klappt so manches macht funktioniert das nicht obwohl das hier steht mal gucken ja jetzt klappt es leider nicht immer ja okay gut halt wieso lege ich den ton da rein ist doch blödsinn braucht den ton doch und sein soll brauche ich auch sehr gut gut sein soll brauche ich auch naja ich habe erst mal ein bisschen was mitgenommen weil ich ja da oben die seilrutsch und fertig bauen will ja das ist ein bisschen ein paar seite fehlen ja ich habe ja hier noch dabei ich bringe die gleich zurück sonst geht die brücke eigentlich schon ja so die haben wir auch fertig die wird natürlich nicht fertig jetzt da guckst gerade auf dem handy und dann kommt hier so ein vier an schlecht einfach nicht aufs handy gucken so sind die zombies ja ich glaube auch ich glaube auch mit denen im übrigen kommen wir hier natürlich auch direkt hoch aber hätte schon ganz cool weil wenn man hier rumläuft kann natürlich erst mal gucken auf welchem turm will ich denn gerade wie zum beispiel ich will auf den da also diese seilrutsche die zwar noch nicht fertig ist aber naja ja ja sieht schon ganz gut aus dann wie komme ich darüber ich rase erstmal zurück weil meine ganzen trinksachen sind leer ja ja so ein wenig anlauf mal gucken dann kann ich hier nämlich schon mal eine seilrutsche hinstellen da müssen wir mal gucken und das war das zeug hier hoch geworfen kriegen werden wir sehen sagte der blind ist im taum kann man machen ja kann man machen was da warum braucht dieser rutsche gleich mal hierhin bauen die ein bisschen weiter nach da weil wenn wir hier zum beispiel material herunterschieben schicken bleibt deswegen ist einer zähne verhängen und fällt nicht runter nur aus dem grund so machen das heißt das heißt ja noch lange wie das so funktioniert das ist schlecht so mal gucken wo ist denn das quatsit da ist das quatsit sehr gut das habe ich irgendwann übersehen und zwar als ich den tausend mal gebaut habe dachte ich es wäre nichts der schade aber wäre jetzt schon gut ja ja definitiv ja ich habe erst mal nur eingebaut wenn der zweite war ich mir noch nicht ganz klar darüber wo ich den tatsächlich hinstelle ja das kann man klar logischerweise machen also ein tausender kann man zum beispiel ja auch prima auf einen der buchzinnen hin bauen wie zum beispiel auf den hier da wurde regenschirm ist sonst würde nämlich sich richtig gut machen glaube ich schön in der sonne liegen und ab und zu mal was zum trinken haben endlich ganz gut ja ja wenn ich auch gut für die nächste folge seh ich auch so sehe ich auch so weil dann sind wir so sachen ja auch fertig und dann geht das weiter also dann würde ich sagen bis zum nächsten mal ciao